Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt. Heute zocken wir mal Obscurity. Das ist ein kleines 2D-Spiel, wo wir diesen kleinen Ball, der da gerade so hin und her kollert, befreien müssen. Da wird unsere Logik, meine Logik, auf die Probe gestellt, ob ich es auch hinkriege, diesen kleinen Haarfellball da zu befreien. Der Publisher und auch der Entwickler sind Rewind-App und das Ding ist rausgekommen im Mai 2018 und gibt es auf Steam für schlappen 79 Cent. Ja, dann wollen wir mal. Ich habe noch keinen Plan, wie das hier funktioniert, aber ich nehme an, das geht so. So, jetzt nehmen wir mal erstmal gucken hier. Fixed ist wahrscheinlich, wenn man Scheiße gebaut hat. Hier kommen wir wahrscheinlich wieder zurück. Hier können wir anhalten. Wie bewegt sich diese Color-Else da? Ach, mit der Maus. Guckt mal an. Wir müssen den da reinkriegen. Seht ihr die Maus? Seht ihr, ne? So geht's. So schnell sind die Haare geschnitten. Oh, fast gut. Fast gut. Fast gut. Fast gut. Das war nur ein bisschen zu langsam. Ja. Wie soll das gehen? Moment. Okay. Ähm. Ähm. Warte mal, das muss ich hier unten nehmen. Okay. Nee. Nee, das war nicht so gut. Wenn ich da jetzt nochmal drauf tut, geht's wieder zurück. Scheiße. Warte, warte, warte. Nimm mal. Nimm mal. Nee. Stoi. 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 Nein. Okay. Das machen wir auf. Dann machen wir das ganz langsam, dass der hier so runterkommt. Und das... Das ist es. Genau. Da kommt der dran, ne? Und wenn wir das jetzt so machen, dann fährt das nach vorne. Da hört's schon auf mit meiner Logik. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frage ist... Nee, 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 nee. Warten wir nochmal zurück. Okay. Ja, genau. Da kommen wir ja gar nicht rein. Das ist ja das Problem. Okay. Den können wir nicht betätigen da, weil wenn wir den betätigen, das wird vielleicht schon gehen, aber dann sind wir ja wieder da drin. Also nochmal. Mach mal so. Ich bin zu langsam. Ach, was ist das denn? Nein. Das Ding wandert, ja. Wir sind zu langsam dafür, oder? Das geht aber immer wieder dahin. Geh mal da hin. Vielleicht gibt's gar keinen anderen Weg. Nicht gut. Das ist nicht gut. Okay. Bam. Ja, da hätte er sich fast mal ein Scheitel an diesem... ...diesem Zahnrad da gezogen. Aber wie bitte soll denn das funktionieren? Scheß! Da waren wir tatsächlich mal schnell genug. Ey, man soll den Mund nicht so voll nehmen, ne? Nein, nein, das war zu früh, das war zu früh, das war zu früh. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, das war zu spät, das war zu spät, das war zu spät. Anders geht es aber, glaube ich, nicht. Oder machen die zwei unterschiedliche Bewegungen? Man muss aber sehr genau arbeiten. Oh, warte, 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 warte. Wait a moment. Ich muss das mal so drehen, dass der da in der Ecke liegen bleibt. So. Langsam, 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 langsam. Und jetzt eine schnelle... Schnelle Umdrehung. Kennt ihr den Spruch, ne? Wenn du weißt, dass du langsam bist, mach ein bisschen schneller. Ja. Okay, nee, machen wir andersrum. So. Kettensägenmarsage. Och, komm schon. Kettensägenmarsage. Das hakelt, Mann! Klar, Mann, das ist ja auch total einfach, ne, Viereck-Kreis-Rund zu drehen. Ne, 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 ja, 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 nein, steu! Aua, bleibt doch stehen. Und, ah, das geht überhaupt nicht, das geht nicht. Und dann muss man auch noch Kerzen gerade da reinfallen, ne, weil die Messer da ja auch diese kreissägen Dinger da auch noch reingehen. Stopp! Ah ja, das Ding hat 15 Level, ne, das ist Level 3 jetzt, ne. Ne. Ich habe gedacht, ich könnte diese Haarfluse da mal so ein bisschen an die Hand nehmen oder so. Ne. 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 Ich kriege das nicht gedreht oder gibt es da irgendeinen anderen, anderen Trick? Kann ich das irgendwie mit aus anderem drehen? ne. Ne. nein, auch ned. ich probiere gerade nur aus ob das wo es einfacher geht in der Mitte oder halt eben außen das muss man ja wir waren doch fast drin ja das war schon viel zu schnell erst geht es nicht schnell genug da sind wir zu langsam dann sind wir viel zu schnell ja bitte roll noch mal in die Mitte ok black hole oder was oder wie oder wer was zur Hölle die scheißkugel verfolgt uns oder was und die rollt schneller wie wir ja so ein haariger klebriger ball ne wo schon überall tausend und mega weiß der geier was für fusseln dran sind passt da auch was wenn das ding da drauf rollt ja natürlich nicht ne natürlich nicht warum sollte das denn auch so sein also das ding darf da nicht rein definitiv nicht nein 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 scheiße scheiße aber wir sind drin das ist super freundlich was hat sich nicht drehen lassen das ist doch nicht zu fassen ach guck mal an das sind so ausbuchtungen die uns natürlich nicht nutzen ne ah äh ok noch einmal ein wildes ein wildes gedreht ne ne jetzt ist das ding da drinnen das ist das ding da drinnen der macht natürlich der hilft uns nicht dabei ne der warte 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 w jetzt ist die blöde, das ist doch schon wieder da drinnen und nicht mehr aus meinem loch raus blöd gelöst mit der maus blöd gelöst mit der maus ehrlich, da müsste irgendwann oder es müsste halt eben besser zum greifen sein jetzt liegt diese blöde Kugel wieder, wir gehören da rein nein, nein karamba karamba ihr könnt euch ja auch zusammen da drinnen vergnügen nee, willst du nicht war mir klar würde ich ehrlich gesagt auch nicht machen bam okay okay, aber das nützt ja nun wirklich gar nichts wenn das Ding da in dieser Einbuchtung drinnen liegt weil, wenn wir das dann nämlich wieder drehen, dann fällt das ja wieder raus so, wir sind jetzt erst mal drinnen auch das kommt noch dazu ne, dass wenn wir nämlich da so wieder drauf kommen haut das Ding doch wieder ab nein, so wird's nix nein, so wird's nix ich liebe ja ich liebe ja Kreissägen, weil ich muss ja auch mein Holz immer selber sägen auch Kettensägen bin ich absolut prädestiniert für aber das hat wenigstens noch einen Nutzen und, und, und nee, warte finde ich nein, ich weiß ja nicht was passiert, wenn, und wo gehen diese blöden Räder denn hin dann was ist denn was ist denn wisst du bescheid wisst du bescheid das das hackt so man kann das gar nicht flüssig irgendwie bewegen das war zu schnell wieder runter da ich krieg das gar nicht um die kurve hier dann machst du dich wieder da raus machst dich da weg weg auch hier jetzt hier ich glaube es geht los alter fällt dir da nicht mehr ein so ich kann es nicht schnell genug umdrehen es läuft nicht flüssig aber strom aber strom so rum nein nein du sollst du und jetzt lass dich einmal so drehen so und jetzt gehst du da wieder raus jetzt gemacht sind wir wieder auf den knopf drauf gekommen kakadu kakadu nein 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 weg 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 da zurück 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 der muss in der ecke liegen bleiben wenn der da wieder raus kullert so warte 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 nein der muss in der anderen ecke liegen bleiben wenn da wieder wenn da rauskommt wieder ach komm schon ne ne verdammt 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 nein nein wir sind schon viel zu spät wir müssen da in der ecke da in die ecke müssen wir rein ich krieg den nicht schnell genug dreht dass der steuer steuer ein bisschen zurück und jetzt so rum jetzt haben wir das wieder ausgestellt wo geht denn dauernd meine maus sind hallo das hat das rad doch eben nicht gemacht was zur hölle oder folgt uns das und das wäre ja mies auch näher komm schon das ist nicht doch vor arschen hier m eine warte was muss da rein wie soll denn das funktionieren das hat das rad eben nicht gemacht wir sind dann wieder raus ist das gewandert und ist dann hier irgendwie da drüben weg ne ne ihr lieben da schon ich lieber meine nerven das mache ich nicht ja ich danke euch fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst mir leichter lasst mir kommentiert oder vielleicht auch ein abo in dem sinne vielen dank und ciao auch 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 Untertitelung des ZDF, 2020